Willkommen zu Black Ops 2, ja, dieses Mal die Multiplayer und nicht die Spielerkampagne. Ja, ich werde mich mal in das Gefecht wagen, wie vor einigen Jahren und wir starten direkt los. Ich denke mal, ich wärme mich mal ein bisschen auf, deshalb werde ich mal ein Wettspiel vollziehen. Und zwar, was nehmen wir? Waffenspiel, einem Lauf, Scharfschütze oder Stock und Stein. Ich würde mal sagen, Waffenspiele. Yo, Express auf Waffenspiel. Ja, das wird alles natürlich live kommentiert, weil ich stehe nicht auf das Nachkommentierte. Und es geht los. Express, Los Angeles, USA. Waffenspiel. So, ja, der Modus sollte schon eigentlich für jeden bekannt sein. Nach jedem Kill kommt eine bessere Waffe, bis man anschließend die letzte Waffe bekommt. Okay, da oben ist schon einer. Hey! Hey, du Hengst! Ich hab dich doch. Und das schon. Da, Kopfschuss. Ich muss ehrlich sagen, dass es mich der Multiplayer sehr, sehr zufrieden stellt. Also, nach Modern Warfare 3 ist das natürlich mal wieder richtig gelungen. Ich finde auch, die Maps sind richtig geil gemacht. Man hat auch wieder Möglichkeiten zu Snipern. Fast auf jeder Map. Beziehungsweise auf jeder Map, besser gesagt. Komm, lauf mir nicht weg. Du verräterischer Penner, du. Da hab ich dich. Und eine Revolver. Der ist hier oben. So. Ah, shit. Hey. Wo seid ihr? Komm. Was ist das denn für eine lächerliche Waffe, ey? Wieder so eine Schroflinte. So. Ich hab' auch. Komm. Zeig dich. Nein. Oh, warum spawn ich mich jedes Mal hierhin? Ey, meine Fresse. Dich hab' ich. Oh mein Gott. Wer hätte das gedacht? Eine halbautomatische Waffe. Ist auch irgendwie besser gemacht jetzt mit dem Maps. Also auf Waffenspiele. Beziehungsweise auf Wettspiele. Jetzt hat man die ganze Map. So ist es jetzt nicht wieder so begrenzt wie in Black Ops 1. Wo, 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 wo. Wo seid ihr? Oh mein Gott. So, hinter mir ist auch einer. Ja, Headshot. Nein, fast. Hä? Wo, lo. Ey, komm, hört auf, ey. Die schießen sich nicht mal gegenseitig ab. Rücken voran, ey. Meine Güte, solche Mongos, ey. Ja, ist gut jetzt, meine Fresse. Guck mal, ey, die spawn ich jedes Mal in diese verrotzte Stelle. Langsam hab ich die Schnauze voll. Ja, da hab ich hin. Oh, ein MG. Und Sniper. Den hab ich auch. Ja, so lacht das Herz. Ja. Der Terminator ist wieder zurück. Und Treffer. Macht mich nicht wütend. Sonst kommt Hulk. Boah, ich hab's fast geschafft. Und? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Verdammt. Ja, Treffer. Komm, der letzte Kill, das schaff ich auch noch. Das war wieder immer, immer dein Zack, Tony. Immer die letzte Phase, muss richtig abgehen. Und da hab ich dich. Mann, 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 war das Gameplay nice. Und schnapp ihn dir. Yo. So, Level 24. Aha, neue Killstreaks. Okay. Und noch etwas. Einen Titel freigeschaltet. Das werde ich mir mal anschauen. Moment. Ähm, das ist das. Das nehm ich mal. Ja, das war's dann mit diesem Video. Es geht dann direkt mit dem nächsten Video weiter. Ja, wir sehen uns dann gleich. Bis dann.